Ja, also Stefan Maywald ist ja quasi die Magento-Vertretung in Person sozusagen, hat natürlich schon jede Menge Bierfässer angezapft, kann das aus dem FF sozusagen und er wird uns das jetzt einfach live gleich mal beweisen. Weißt du, wie es funktioniert? Ja, es ist ganz einfach, also pass mal auf. Ich brauche kein Mensch, das brauche ich nicht. Also einfach hier rein und was dann ganz wichtig ist, wenn du angezapft hast, dann musst du sagen, anzapft ist, weil sonst funktioniert. Ist ja offen, oder wie? Ja, das stellt sich jetzt dann gleich raus. Du musst das Ding jetzt da reinhalten und dann kräftig draufkloppen und wenn du dann quasi draufgekloppt hast, dann ganz wichtig, ich halte dir ans Mikro hin, anzapft ist. Das kriegst du hin, oder? Ja. Okay. Ja, ja. Also ich geh jetzt mal in Deckung. Josef! Mit Schmackes. Wie viele Schläge? Ja. Einer! 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 Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja, ja, wir haben Zeit. Stefan, wie zu ambitioniert. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Langsam kommen lassen. So, das Ding ist richtig? Ja, ja. Das ist krass. Das geht wirklich. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Das wäre nicht gekommen, wenn der das gewusst ist. Ja. Loslassen. Ja. Loslassen. Ich wusste nicht. Ja. 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 Das ist krass. 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 Das krass. Das krass. Das krass. Das krass. Das krass. Das krass. Es gibt heute Abend kein Tier! Es gibt kein Bier auf Arbeit! Ich meine, abgesehen davon, dass ich schon... Ich finde, der Mark Weiser sollte jetzt unbedingt unterstützen! eBay Inc. wird gewartet, ja! Mark!